Hallo liebe Naturfreunde, heute verarbeiten wir Vogelbeeren und machen eine Marmelade daraus. Und wie ihr hier sehen könnt, verwenden wir dazu die Fruchtrückstände aus der Gewinnung des Vogelbeeren-Saftes, den wir in einem der letzten Videos gezeigt haben. Die Anleitung zum Vogelbeeren-Saft findet ihr in der Videobeschreibung. Wir haben hier ca. 500 Gramm Vogelbeeren-Mousse im Topf und geben dazu noch etwa 3 gehäufte Esslöffel Apfelmus. Dies passt geschmacklich sehr gut dazu. Es lohnt sich hier aus den Vogelbeeren mehrere Rezepte zu kombinieren, denn so ist das Fruchtmousse nicht mehr ganz so flüssig und man benötigt dann auch weniger vom Gelierzucker. Auf diese Weise verfahren wir mit sehr vielen Früchten, das heißt wir kochen zunächst Saft daraus, lassen die Fruchtrückstände dann abtropfen und passieren dann diese Rückstände und erhalten ein Mousse. Dieses Mousse kann man dann zum Beispiel, wie heute gezeigt, zu einer Marmelade verarbeiten. Und ganz ähnlich machen wir das auch mit den Fruchtrückständen aus der Weinzubereitung und aus unseren Liköransätzen. Nun setzen wir unserer Marmeladenmasse noch ein Schnapsglas voll falschen Amaretto zu. Dies bringt einen sehr guten Geschmack in die fertige Marmelade. Und was ich vorher noch vergessen habe dazu zu sagen, ein Päckchen Vanillezucker befindet sich nun auch noch in der Masse. Ansonsten benutzen wir den Gelierzucker gemäß der Packungsanleitung. Wir verwenden hier 2 zu 1. Ich finde so, dass man so eine Obsternte wesentlich besser ausnutzen kann, indem man zuerst ein Getränk daraus macht, egal ob Likör, Wein oder auch Saft, und im Anschluss dann die Fruchtrückstände noch ordentlich passiert und auspresst und dann daraus die Marmelade herstellt. Was haltet ihr von dieser Idee? Macht ihr das auch so? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ansonsten war es das für heute. Ich hoffe, die Idee hat euch gefallen und das Video Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zusehen. Vielen Dank.